Stimmt So scheint eine gute Gilde zu sein, also die aktiv sind, das finde ich gut Da ist Malone, guten Tag, hallo Ich bin wieder da und möchte dich wieder auseinanderreißen So, mal gucken wie gut wir denn vorankommen Sehr interessant, das schreibe ich mir gleich mal auf Ich schreibe mir das wirklich auf, weil das habe ich damals Oder wollte das nie machen oder hatte das nie so ein Ja Okay, alles klar So, der macht mich ganz schön kalt, muss ich ja mal gestehen Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt Keine Lust Die Zwei-Tränke so zu Verballern Ne Das denke ich mal Ja Ist ja nichts in der Sache Ah Gott, oh Gott, oh Gott Oh Aber der ist ja fast down, von daher ist es ja in Ordnung Also das ist ja nicht so wild Gut, dann haben wir aber ganz schön viel erledigt Ich weiß gar nicht welches Level Oh, fuck, 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 fuck Das ist nicht gut Das ist nicht gut Ah, verdammt Die Zwei-Tränke sind so gut wie leer Das ist sehr schade Das ist sehr schade So So Oh, das war Das war richtig knapp gerade Und ich werde mal ein bisschen abseits gehen Weil Ja Den hier Oh, drei bis zu dreißig Gold Das ist richtig heftig, ey Boah Ne, aber ich finde die Die Akademie ganz in Ordnung Ne Und er ist Gleich Down Und zwar Jetzt Sehr schön Haben wir endlich Voll absolviert So Gut Dann haben wir es auch Sehr schön So Geheimnisvolle Anhänge Silvi Na, wie ist es gelaufen? Gibt es den geheimnisvollen Anhänge? Ja, dieses Forschungsprojekt Der Schmiede Ist richtig gut Hier bitte Oh Oh, wir können unseren Trauben Immer Wir kommen unseren Trauben Immer näher Und Du hast es echt gut gemacht Warum hörst du nicht für heute auf und rustig aus? Ja Oh Teil 5 Kern Energiequelle des Staub Oh Das ist ja geil Oh, die Quest kenne ich gar nicht Heftig Ach, verdammt Ich habe es nicht vorgelesen I'm sorry Verdammt Das wollte ich eigentlich machen Aber egal Gut In Ruhm Unbekannte vieles Oh Okay Jetzt aber Sehr schön Gut Ähm Ja, ihr Lieben Das war's denn Hä? Okay, krass So, das war's denn erstmal Vorerst Äh, ja Vielen Dank fürs Zusehen Ich bedanke mich bei allen Die Ja, meine Videos gucken Ne Und Ich hoffe Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dann Macht's gut Euer Sparschwein Sibi Nein Spaß Euer Sibi Ja Servus, heute Hier ist der Sibi Und Ja Ähm Ja, wir dann Letzte Mal sind wir Bis Level 26 Gelevelt Wir haben jetzt Unglaubliche Ah, es zeigt uns ja sogar an Cool 66% Das ist ganz cool Und ja Ich habe Äh Auch ein bisschen noch Ja, nicht mal Also ein bisschen mit den Leuten Geschettet Ähm In der Gülde Sag ich mal Oder an In der Akademie Die haben mir ein paar Tipps gegeben Oder halt Grundwissen Was ich nicht wusste Haben sie mir halt Ja, erklärt Ja, ich habe jetzt überlegt Ja, ich habe jetzt überlegt Ich werde Ich habe mir immer noch Kein CS geholt Und ich werde jetzt einfach Dieses Glücks Klee Outfit Verwenden Das geht zwar sieben Tage nur Aber Oh, ich dachte schon Aber ich nehme es einfach mal Und es sieht ziemlich cool aus Und nachher werde ich es bestimmt Ja Oh, wir können den anlegen Das ist gut Ähm Nachher bestimmt Ja Das blöd finden Dass ich jetzt Das verwendet habe Weil es doch irgendwie Ziemlich cool aussieht Aber egal Gut Das passt schon Ja, es ist eher Cleary Care Cool Ähm Ja, die Frame-Mail bricht gerade richtig ein Richtig krass Aber egal Was haben wir denn für Quest genau Äh, wartet mal Ja, ich bin ein bisschen unvorbereitet Zwei Leute sind online Mal gucken Wer denn online ist in der Akademie Dass man sich Oh, ich frage ihn mal Wartet mal Moin Hast du gerade Zeit Ich frage ihn mal Weil er Level 60 ist Ich glaube Er ist auch sogar Magier Und das wird auch ganz gut Oh Gott Ist das Ding hier voll Mann, 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 Mann Oh Gott Hahaha What the fuck Das ist ja gut Ganz ehrlich Wartet mal Bis zur Neunten Etage Das wäre nämlich sehr gut Wenn er uns helfen würde Weil dann sind wir nämlich Sehr gut dabei Und ich glaube Ich habe auch ein richtig geiles Schuh Die Schuhe fand ich richtig geil Eisen zu nicht schlecht Und Oh, 35 Oberteil Oh, das ist ja geil Das ist gut Dann machen wir das Dann gehen wir mal Kurz auf den Weg Oh, sehr schön Wir gehen ganz gut Oh, die ist sogar Hier, das ist schön Wo ist die? Ach, da Sehr gut Gut, dann machen wir Schnell Turm Schon keine Turmaufnahme Und Ja Oh, da freue ich mich Dann sind wir natürlich Sehr gut Dabei Ja, also Dann sind wir Sag ich mal Rucki zucki Level 30 Hätte ich jetzt gesagt Also weil die Quests Die geben halt Unfassbar viel Erfahrungs Ähm Genau Das easy Skelett Krieger Komma Zehntausend Genau Da wollten wir auch noch hin Uiuiui Staubhole Es gibt richtig 7000 Ist jetzt nicht so viel 90 Etage 6000 Ja Das passt schon Und Wir müssen auf jeden Fall Ein bisschen Vor ihr da sein Weil Sonst dauert es so ewig Und Das ist ja Und jetzt Glühender Wolf Haben wir noch nicht gemacht Leider Pull Bringt nicht so viel Aber gut Lassen wir einfach mal Weil wir da eh noch hin müssen Ah da ist die Quest Alles klar Und ich hab das ja letztens gesucht Da 3000 Wie ist er da anfangen Staubhole Ich guck das einfach Es gibt ja immer sozusagen Mal durchschnittlich Ja gut Äh wir lassen es einfach Ich möchte nicht Dass er Dabei Das klingt jetzt ein bisschen böse Aber Ne Ich möchte jetzt einfach Mit ihr das alleine machen Gut Ja also Wir hätten echt Wir hätten echt Was What the fuck Chaos Kasul Zepter Krass Wir hätten auch alleine eigentlich Die Turm Quest Also die erste Quest Auch alleine machen können Aber Nein Das passt schon Ich denke mal So sind wir ganz gut Ja unterwegs Und vielleicht machen wir Jetzt sogar den ganzen Turm Das gibt dann ordentlich XP Und ja Ich denke mal schon Dass wir da Eine gute Gruppe Ein gutes Gruppenmitglied Gefunden haben So und da ist sie schon Und